Moin seh ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau Ich bin euer Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zum K-Mechanics Simulator Na gut, es ist immer noch Spaß, ne? Thief Simulator sind wir aber noch dabei Wir haben im letzten Part unser erstes Auto geklaut Und sind gerade dabei, das Ding so ein bisschen auseinander zu schlachten Um Kohle aus den Einzelteilen zu ziehen Man kann wohl nicht das ganze Auto verkaufen, wobei geht vielleicht auch Hab ich jetzt nicht ausprobiert, wir haben schon ein Rad abgeschraubt Deswegen, jetzt ist es zu spät Jetzt müssen wir so weit Alter Alter, verschluckt er sich hier einfach So Bremsscheibe Bitte Im Lager verstauen Mach mal Da Muss ich da auch noch was abschrauben oder was? Wo muss ich den jetzt schon wieder schrauben? Schrauben entfernen Halten Ah Bremssattel entsorgen Und den Bremsklotz auch entsorgen Okay, den können wir nicht verkaufen, aber die Scheibe lässt sich wohl verkaufen Das ist alles noch ein bisschen frickelig muss man echt sagen So In Lager verstaut Alles klar Bremsscheibe wird verstaut Wenn wir so Reifen mäßig wohl auch fertig Mehr geht am Reifen jetzt nicht mehr Alles klar So Gleich ist dann mit den anderen Reifen Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel Kohle dabei rumkommt Ob sich denn der Aufwand lohnt Also bis jetzt wirkt das alles sehr, wie sagt man Anstrengend Aber wenn man weiß wie es geht, geht es ein bisschen schneller Man muss erstmal die Spots finden, an denen man was machen kann Jetzt wieder die Schräubchen rausschraubseln Dann können wir das Rad ablösen und ins Lager packen Und dann das gleiche mit der Bremsscheibe Upsala Eben gedrückt halten Schraube raus Ja, weiter raus Bitte ganz raus Die Schraube auch eben nur raus Ne, das Ding wird weggeschmissen Bremsbacke 1 wird weggeschmissen Na, los Oh, Bremsklotz 2 eben auch noch ein Abfall Also im Auto kommt auch echt viel Müll bei rum, ne Muss man echt sagen Und dann das Ding eben Rinnenslager So, zweites Rad fertig Weiter gehts mit dem dritten Rad Guten Tag Hallo Ich möchte gerne dieses Rad anfassen Okay, das Rad will nicht, dass ich es tue Nochmal versuchen Geht nicht, wieso kann ich die Hinterreifen nicht abbauen Hinterreifen sind ungewollt Sie möchten nicht, dass wir sie abbauen Okay, ich fahr mal die Hebebühne runter Vielleicht ist das Lager auch voll Ich hab keine Ahnung So Was kann ich denn noch alles machen? Ja, guck mal Federung Car or different context What? Ich versuche mal zu interagieren Geht nicht Also mit Autoklauerei bin ich noch ein bisschen überfordert Tatsächlich Weiß ich jetzt auch nicht, ne Ich werd ja jetzt gesagt, man kann den Motor noch irgendwie rausbauen Ich fahr da nochmal hoch, das Ding kommt schon Leute, hier muss doch noch was gehen Ach da Kapuze Langsam öffnen Alter, ich bin total überfordert Wollt ihr von mir? Das Federung tatsächlich Okay, ist kaputt, man kann nichts mehr tun Egal Wir hauen jetzt erstmal ab War ganz nett, aber ich bin etwas überfordert Wahrscheinlich wäre es einfacher gewesen, die Räder dran zu lassen und das ganze Ding zu verkaufen Nächstes Mal Jetzt gehen wir eben schnell zum Junkyard Verkaufen da mal unseren Krams Ich hoffe, das geht aus dem Aus dem Lager heraus Howdy Na Winnie, was sagst du? Oh, guck mal, yeah Oh Das ist gar nicht so schlecht Kann ich dir den restlichen Bolten auch noch verkaufen? Aber es gibt 500 Oh, komm, den kannst du auch noch haben Und ein Radio hab ich auch noch So Oh Ne, Winnie Winnie haben wir ja schon Wir wissen das Wir haben Iggy Wir haben Winnie Und wer bist du? Hast du auch schon einen Namen? Also ich bin der Blaufwuchs Ich bin inzwischen relativ bekannt in den Kreisen Ich habe aber jetzt gerade erst angefangen so mit der Autoklauerei Das ist für mich ein bisschen neu Also Klauen ist jetzt ein großes Wort Ich ähm Ich warte die, ne Also ich nehme die aus der Garage raus Und dann warte ich die Interessiert dich nicht, ne? Aber es gab Peter, hau rein, ne? Peter ist es Das ist der gute Buch Peter, alter, du musst mal was das denn hier Das sieht ja alles ganz schön Na egal Gut Peter hat die Karre, alles cool Wir machen uns jetzt auf zur Richie Und äh Ja, bringen ihm die Kiste, ne? Unbemerkt natürlich Unbemerkt So, deswegen erst nochmal nach Hause Bevor wir zur Richie R Street fahren Gerade erst gucken, ob wir da Infos kriegen können, ne? Infos sind ja immer gern gesehen So, wir wollen uns ja auch vorbereiten auf unsere Mission Äh Steal your forums Richie R Street 201, 204 Ne, das ist schwierig Wo sollen wir hin? 204, doch läuft Patterson's Alles klar So Steal your forums Richie R 204 Die Patterson Mögliches Versteck für Beude Mögliches Versteck für Beude Ja, das bringt uns nix Da gebe ich kein Geld für aus, ne? Also die Verstecke für Beude, die finden wir auch so Da müssen wir jetzt nicht die Kohle für raushauen Dann äh Lass einfach mal ein machen Bevor wir natürlich aber hinfahren Einmal noch kurz zu Iggy Unser Rucksack erstmal leer machen Ist zwar noch nicht voll das Ding Aber Wir wollen natürlich mit einem leeren Rucksack da starten Das wäre ja sonst bescheuert, wenn nicht, ne? Wer bescheuert, wenn nicht Wahrscheinlich ist es sinnig Tatsächlich Welcome back Welcome back Hier, du kriegst das Ding noch Das Ding noch Das Ding noch Oh ne, diese Kiste, die brauchen wir ja noch Die dürfen wir nicht verkaufen Die müssen wir bei uns führen So Jetzt habe ich einmal keine Nummer gebaut Jetzt fahren wir doch noch einmal eben kurz nach Hause Der Fuchs, der reißt heute von Ohr nach B, ne? Nichts zu fassen Wir kaufen uns so ne Kamera Die kostet zwar 700 Schmeckels Ist nicht billig Aber Damit kriegen wir zumindest raus Ob einer der Bewohner irgendwann mal nicht im Hause ist, ne? Das lohnt sich schon so ein Ding Zumindest eine dabei zu haben Das schadet nicht, oh Gib mir mal hier so ne Mikrokamera 700 Schmeckels Zack Das ist es mir wert Weil ich mir das wert bin Und ich euch auch Und nun geht er immer los, ne? Wir werden jetzt erstmal das Objekt auskundschaften Damit starten wir wie immer Gucken erstmal was da so los ist Ich bin auch gespannt Wir fahren jetzt zum ersten Mal zur Richie R Street Ob das da jetzt ein bisschen gehobener ist und so, ne? Mal eben gucken Wie das da so ausschaut Bin ganz aufgeregt, oh, ja Hier gibt's auf jeden Fall schon mal Windräder Die sind schon krasser drauf hier Oh, hier gibt's auch größere Häuser Guckt euch das an hier Da, 201 Dann ist das mal ganz lange nix Ganz lange nix So, wir müssen zur 204 Jo, alter Das ist ein bisschen edler hier, ne? Hier ist ja Hier geht's edel zu Hier wohnt die Creme de la Creme, ne? Hier gibt's die Kohle Hier gibt's Zeug zu Klar, wo ist denn die 204? Die 204 fühlt sich wohl zu gut Die Die wollen nix mit den anderen zu tun haben Okay, hier ist ein Containerdorf Das ist natürlich schon ein bisschen scheiße Ist das nicht unbedingt schön Wuhuhu, wow Da ist die 204 Direkt daneben auf dem Parkplatz Wie passend ist das denn, though? Wow, wir sind ein bisschen schnell unterwegs, ne? Oh, ein bisschen, ein bisschen den Bleifuchs hier gerade am Laufen So, so vorsichtig Im Parken Guck mal, hier machen wir ein kleineres Häuschen Das ist noch nicht ganz so schlimm Aber es ist halt schon ein Häuschen, ne? So, moin Ich guck mich hier nur ein bisschen um, ne? Oh, das Parkplatzschild Man muss hier nix bezahlen, das ist gut Man muss nix bezahlen, so Die Pedersons Die Pedersons Wir kommen vorne auf jeden Fall rein Alter, das ist schon ein bisschen edel hier, ne? So, es guckt gerade keiner Mikrokamera dran ballern, so Wir schauen uns mal ein bisschen weiter aber erstmal um Also vorne könnten wir mit Knacken ins Gebäude reinkommen Gibt es eine Überwachungskamera? Ich sehe, go da Lege, was? Achso Also hier gibt es eine Überwachungskamera Guten Tag Sie sehen ja hübsch aus Ein bisschen klein und sehen so ein Fleck da hinten auf dem Arsch Aber sonst Moin, hallo Blaufuchs mein Name Ich bin hier der Gärtner Ich schaue mich gerade ein bisschen um So Also hier kann man sich verstecken Das ist schon mal gut So, bis auf diese eine Kamera, die jetzt mal echt nicht so kritisch ist, sehe ich erstmal noch nix Wir gucken uns mal weiter, um ob es irgendwas zum Klettern oder so gibt Hier haben wir sehr viel Gemüse Hier wird noch gebaut Da stand das Neubaugebiet zu sein, deswegen hier ist wohl noch nicht alles fertig Da sind natürlich dann auch die Überwachungsmaßnahmen noch nicht so high-end, würde ich mal sagen Okay Was ist das? Ein sehr eckiger Globus, aber er ist plötzlich nicht mehr eckig Eckig? Nicht mehr eckig Eckig Deformiert Nicht mehr eckig Alles klar, ist okay Muss man jetzt nicht unbedingt verstehen Also rein geht es wohl wirklich nur vorne Es gibt eine Überwachungskamera bis jetzt, die relativ sinnfrei ist, wenn man ehrlich ist Es gibt aber keinen Stromkasten oder so, also in der müssen wir einfach vorbei Aber wie gesagt, die ist relativ sinnlos, weil Ja, wenn ihr seht, wo die hinballert Da kannst du einfach dran vorbeilatschen, ne? Hier geht das Tor auf und naja Man muss da ja nicht reinlatschen, ne? Das kann man ignorieren Ja, na gut, dann würde ich sagen, pennen wir eben einen kurzen Tag Auf dem Parkplatz Das fällt ja nie auf, wenn da irgend so ein Penner einfach Tag lang mal eben auf dem Parkplatz steht und chillt Und, äh, gucken dann erstmal, wie es aussieht bei denen, ne? So, schlafen wir mal bis, äh, 16 Uhr Zap Oh, ne, ich hab mir auch nebenbei so ein Sandwich gemacht und so, alles gut Bisschen Switch gespielt Gehört alles zur Arbeit, ist alles Arbeitszeit hier So Du Gucken wir mal Was die Kamera sagt Guten Tag Alter, was, was hast du denn hier? Wieso bin ich verdächtig, Junge? Ich, ich stehe hier doch nur Alter Der sieht aber auch verbrechermäßig aus, ne? Wollen wir jetzt Hashtag Realtalk So So, tägliche Routine der Bewohner läuft Das war 700 Schmeckels wert Also, wir haben hier nicht viel Zeit Nicht viel Zeit Oh Ich hab Tab gedrückt und der wandert sofort raus So, eben kurz mal gucken Also, nicht zu Hause, nicht zu Hause Ab 21 Uhr ist Ruhe Bis um 3 Ist doch gut Das heißt, wir pennen jetzt bis 21 Uhr Und machen uns dann mal munter dran Das war doch die 700 Schmeckel wert Wichtig ist dann nur, dass wir die heute wieder rein kriegen Und beim nächsten Mal haben wir dann ja die Routine Dann kann ja nichts mehr schief gehen So, pennen wir bis 21 Uhr Zack Und dann geht's mal los Das Schlimme ist halt nur, wir müssen da rein Und hier sind überall Leute Ich hoffe, wir können das mit dem Autopicker aufmachen Dann würde es gehen Ohne Autopicker wird das scheiße Der Automatische Dietrich geht raus Und gib ihm Irgendwie scheiße gebaut, warte mal Wieder Tab gedrückt Was ist denn richtig mit mir? Ich bin völlig falsch Ich bin... Oh, Alter Ich hab einfach mal beim falschen Haus geguckt Auch nicht schlecht 204 die Pattersons Sie sind nicht da Scheiße Ab 12 bis 15 Uhr Das ist nicht viel Zeit Also, 12 bis 15 Uhr Oh, ey Die denken, das kann doch nicht nicht auffallen Alter, ich bin hier seit Tagen auf dem Parkplatz Dann pennen wir mal bis 12 Wenn wir Glück haben Bleibt die Tür verschlossen Äh, offen Hat auch keiner gemerkt, Alter Hat auch keiner gemerkt So Hat doch keiner gemerkt Er haut ab Das ist gut Tür noch offen So Einfach ganz auffällig rein hier Oh, Kacke Scheiße Die Kamera hat mich aufgenommen Wie kann das denn sein? Wo ist denn der Mülleimer? Kacke, Mann Hier war doch irgendwo so ein Mülleimer Oh, wie ist das auch On the scene Irgendwo hatten wir doch hier einen Mülleimer gesehen Wo ist der denn? Okay, wir hauen ab Hilf nix Wir kommen noch mal wieder Puff, wir haben noch nach Hause So Alles klar Die Mission lief nicht zu gut Oh, guck mal Oh F Wir verschießen Wer es nicht weiß Wird mit Faschießen geschrieben Okay, vielleicht sollten wir uns doch mal Hinweise nochmal holen Es gibt neue Hinweise Mal sehen, ob es welche für die 204 gibt Steal your forums Richie R Street 204 mögliches Versteck für Beute Ne, lohnt sich nicht Lohnt sich nicht Lohnt sich nicht Wir brauchen höchstens Sicherheitstipps So ein Kack Deswegen Bringt nix Wir Eiern nochmal los Gut Inzwischen haben die bestimmt vergessen, dass da so ein Dödel mit seinem Auto Taus Oh, ich werde gesucht in der Richie R Street Okay Geht das denn nicht mal wieder weg oder was? Also ich weiß jetzt nicht so genau warum da dieses Symbol noch dran ist, aber Wird doch gar nicht mehr gesucht Ist doch alles gut Oh, Kacke 6 Dollar Reparaturkosten, weil ich so einen Stein mit geballert habe Oh, ne Kacke Okay, so Wir parken jetzt kurz hier Dann nutzen wir den Moment, dass hier gerade keine Leute sind Da ist nämlich gerade keiner Schließen die Tür auf So, dann gehen wir hier lang So, vorsichtig Kann ich hier einen Glasschneider verwenden? So Nun sind wir drin Okay Wie viel Zeit haben wir noch? Ein bisschen Nun gehts los Elf Dollar, sieben Dollar Alles scheiße Oh Gott Eher am Computer mitnehmen Router geht auch immer Smartphone geht immer So, hier muss Diese Kiste glaube ich hin Aufgabe erledigt Nice So Okay Aufgabe ist schon mal erledigt Wir müssen trotzdem eben noch weiter gucken Oh, ein Drucker, geil Den nehmen wir gleich noch mit So Bevor es aber soweit ist, eben kurz umgucken Was ist das Ding? Neun Das war irgendwo so ein Ding dran, das heißt, das ist neu, irgendwas Neues Uh, ne Kamera Da Kinderzimmer Hat der noch irgendwie ein U-Phone oder sowas Das sind doch hier so reiche Bengels Opala Ich will mich verstecken, raus hier Keine Grund sich zu verstecken Oh, Geld hat der Junge Guck mal Taschengeld gemopst läuft Da ist ein kleines Kuschelkissen Diese Uhr können wir nicht mitnehmen Bam! Der Toilettenzerstörer hat wieder zugeschlagen Oh, kacke, es wird langsam eng Hier nochmal nen Laptop mitnehmen Ach Das Ding mitnehmen Und safe, Alter, das schaffen wir aber glaube ich nicht mehr Safe wird zu knapp, Leute Nächstes Mal Das ist noch eine Mikrowelle Mikrowelle bringt immer Kohle Mikrowelle, oh, Kaffeemaschine geht noch Okay, das war's So Eben raus hier wieder Vorsichtig, Leute, vorsichtig Eben aus dem Fenster klettern Okay Drucker nehmen, den baller ich über den Zaun Oder? Ne, ich nehm den so mit Ne, warte, ich baller den über den Zaun Geht nicht So, Drucker über den Zaun geballert Irgend kurz warten Eben kurz chillen So, hier ist irgendwo unser Drucker Der hab ich hier irgendwo in die Wicken geschmissen Der hat doch gerade noch so geklappt So, warte Wo ist denn der? Wo hab ich den Drucker, Drucker hingeklittert? Hier ist das Fenster Das heißt, hier muss der eigentlich irgendwo liegen Da ist er doch So, den nehmen wir jetzt einfach Und spazieren rückwärts ums Haus rum Ne, ganz entspannt zu tun Das wär nix gewesen Alles cool Wir wurden zwar einmal kurz beim Hausfriedensfrucht entdeckt Weil ich war dann doch zu auffällig Ich hab mich zu sicher gefühlt Ich dachte, da kann nix schief gehen, ne Das sehen die nicht Haben die doch gesehen Aber das lief ganz gut Also eigentlich hat zwar nur ein kurzes Zeitfenster Aber wenn man jetzt keine Aufgabe hat Wie irgendwie Und wir sind auch ein bisschen später eingestiegen Weil ich ja einmal Scheiße gebaut hab Und nach Hause gefahren bin Aber wenn man das direkt macht Hat man genug Zeit Um auch an den Safe ranzukommen Und so Dann kann man sich da schon die Kohle reinschüren Also da hat jemand gut ordentlich PCs und so Da geht ein bisschen was, ne Mal gucken, was das gleich an Kosten reinbringt, ne Aber ich hab da ein ganz gutes Gefühl, muss ich sagen Dann noch den Drucker So ein Drucker ist immer wertvoll, ne Sooo Oh, was mit meiner Karre passiert Alter Scheiße Scheiße Was ist da denn los Oh ne Oh ne Ich bin doch vorne irgendwo gegen geballert Wie kann das denn hin Oh Oh ne Was ist da denn kaputt Na gut Mit diesem wunderbaren Anblick Unseres komplett zerbeulten Autos Machen wir dann an dieser Stelle hier Einen kleinen gemütlichen Break Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs zusehen Hoffe ihr hattet soweit ein bisschen Spaß Wenn euch das ganze gefallen oder nicht gefallen hat Lasst doch eine Däumeline da Kommentare und Feedback natürlich Wie immer gerne unter Video posten Und ansonsten sehen wir uns dann gleich Im nächsten Port wieder Bis dahin viel Spaß beim Zocken Tschüss, euer Blaufuchs